Schmidke, Ingenieur. Ich hab's ja von Anfang an gesagt, die Wälder hier sind komisch. Hier im Wald lebt ein Geist, Herr Schmidke, Marzebilla. Jedes Gebirge hat so einen Geist. Menschen verschwinden nicht einfach, Herr Schmidke. Sie kennen mich, vielleicht nicht, aber ich komme, um Sie nachdrücklich zu warnen. Die Erde, auf der wir stehen ist nicht so stabil, wie sie scheint zu sein. Die Erde, auf der wir stehen. Da unten ist Dunkelheit, Herr Ingenieur. Die Erde, auf der wir stehen. 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 Die Erde, auf der wir stehen.